So, Freunde, Buongiorno, der Steffen hier. Ich wollte nur kurz Bescheid sagen, wir sind live. Wir gehen live auf die Bühne. Und zwar Kultur-Podcast Schmetterlinge im Kopf. Zu Gast Beate Christ, mit dabei. Wie immer unser Top-Host, Mr. Host. Er hat das Host-Seil empfunden, Joachim Oletcher. Und meine Wenigkeit. Und zwar am 8.10., das ist ein Sonntag, ab 19 Uhr öffnet die Bar im Valhalla MXI. Wer den Laden noch nicht kennt, einfach mal googeln. Wenig Speicher, sei es wie. Ab 19.30 Uhr sind wir auf der Bühne. Es geht um Kunst, Kultur, den aktuellen Zeitgeist. Ihr wisst, dieser Podcast ist aber auch oft eine sehr spontane Impro-Show. Also alles ist möglich. Kultur-Podcast Schmetterlinge im Kopf, live auf der Bühne, am 8.10. im Valhalla MXI, 19 Uhr bar. Ab 19.30 Uhr sind wir auf der Bühne. Seid mit dabei. Absolute Premiere. Karten einfach reservieren an oder unter info at valhalla MXI.de oder schreibt mir eine Mail steffen.herter.web.de. Seid dabei. Live. Kultur-Podcast Schmetterlinge im Kopf am 8.10. Das wird was geben. Das wird was geben. Bis dann. Danke. Ciao, ciao. Musik 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 Musik